Hallo meine allerliebsten The Binding of Isaac Afterbirth Freunde mit mir, Buzzerflex, zu der neuen Daily Challenge. Obwohl, heute ist schon recht spät an diesem schönen 26. und mal gucken, wie die Challenge heute lautet. Ihr seht, in 15 Stunden ist schon die neue Challenge draußen und wir sehen hier, es wird ein Isaac Run werden. Nun, da bin ich mal gespannt, gestern ging es ja nicht so gut. Und, oh, wir haben die 6, wir haben mal wieder den Schlüssel. Ich hoffe doch, dass ich ihn diesmal, oh, und wir haben, oh, nein, warum habe ich ihn schon eingesammelt? Nein! Nein, 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 nein! Ja, schon zu spät, schon zu spät und wir haben Kane's Other Eye. Ich finde das nicht so ein brillantes Item, dieses herumfliegende Auge. Ja, nun, gut, gibt Schlimmeres. Ähm, ah, komm, das machen wir so. Warum habe ich das überhaupt genommen? Ich habe vergessen, dass wir die 6 haben. Scheiße nochmal. Ähm, dann hätte ich nicht keins Auge genommen. Ich voll depp, aber nun gut, es ist zu spät, um sich jetzt zu beklagen. Und jetzt, äh, gucken wir mal, wie wir, wie wir es aus dieser Challenge retten. Äh, ich sehe schon, mein Pech, mein Pech manchmal, dass ich wirklich viel Pech habe im Spiel. Mein Glück, mein Pech, korrespondiert, äh, korreliert nicht immer. Ja, hier mit dem Glück, dass wir hier im normalen Leben haben, zum Glück, wenn ich es mir so ergehen würde wie Isaac hier. Oh, eine Pille. Was haben wir hier? Explosive Diarrhea. Und es ist ein ziemlich großer Floor. Okay, wir haben genügend Herzchen gesammelt. Spinnen, spinnen, spinnen. Äh, dadadadadam. Komm. Ich mag diese Penetrative Shots. Ich finde die, die können recht, recht cool Damage anrichten für den Anfang. Natürlich will ich das Ganze noch ein bisschen triggern hier. Ich habe zwei Bomben, äh, noch zur Verfügung. Ich könnte gucken, wo denn der Secret Drum ist. Uh, Bombe. Also, ich könnte mal hier probieren. Secret Drum. Yes. Uh, uh, uh. Yeah. Und da gibt es noch eine Kiste für einmal. Und noch einen Schlüssel. Und Bombe gelegt. Uh, das ist sehr geil. Also, das nehme ich natürlich. Äh, ich muss nur schnell hier. Fight. Jetzt können wir fliegen. Yay. Was ist schöner als fliegen? Und wir haben dazu noch ein weißes Herz. Wir hatten ja schon zwei weiße Herzen, damit wir einen neuen Herzcontainer erhalten hätten. Und mal gucken, ob ich den nicht verliere. Widow sollte ein. Ich hatte mir nicht gedacht, dass es mich trefft. Aber, nun gut. Ich hatte es wissen müssen, dass ich mich so ungeschickt anstelle hier. Wie so oft hier in diesen... Scheiße. Aber Widow sollte kein Problem mehr darstellen, außer dass ich mich doch getroffen habe. Du böse... Böses Tier. Böse Spinne. Okay. Ex-Ax müssen weg. Hey, nein. Es gibt schon wieder eines. Also, ja. Das kann ich immerhin mitnehmen. Ich hatte schon zwei Herzcontainer. Oh, fuck. Es gibt... Also... Warum nehme ich das? Also... Ich bin nicht so gut konzentriert hier im Moment. Ähm... Aber egal. Ich habe meinen Spaß und das ist das Wichtigste am Ganzen. Spaß zu haben, wenn wir Isaac spielen. Ich bin nicht verbissen. Dass ich unbedingt jetzt alle... Jede einzelne Challenge auskoste. Also, ich koste sie sowieso aus. Aber... Ich will jetzt versuchen, dennoch keine Red Heart Damage zu machen. Chip. Und... Ein Mystery Sack. Und ja, ein Judgement. Das kann ich nun nachher. Dann will ich nicht. Oh, will ich auch nicht. Okay. Hm... Ja, komm. Komm. Ähm... Mit drei Goldstücken ist das reichlich wenig. Ähm... Und ich habe ihn natürlich super platziert. Wie ihr wisst. Also... Worst... Worst Case Ever. Busterflex Worst Case Runs hier. Ich platziere die Sachen schlecht. Ich überlege nicht, ob ich überhaupt einen Re-Roll machen kann mit meinem D6. Etc. Etc. Aber... Nun gut. Das gehört auch ein bisschen zu mir. Ähm... Schon wieder. Das überhäuft mich. Wenn ich jetzt nur noch gute Devil Deals bekommen würde... Huhuhu. Und kein Red Heart Damage im Moment mache... Dann wäre ich doch zufrieden. Okay, die sind down. Und nur noch der ist am Leben. Sehr schön. Oh, Pille. One makes you small. Nein, 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 nein. Nein, ich nehm... Das erst... Sammle ich das ein. Oder ich vergesse es aber bestimmt sicher noch. Eins zu sammeln. Okay. Wir haben alles. Wir haben noch zwei Bomben. Wir haben nicht genügend Geld für den Shop. Also zwei Bomben sollten reichen. Ja. Eine Bombe hat gereicht. Uh. Okay. Charm of the Vampire kicks in. So. Dann wollen wir versuchen. Ohne Red Heart Damage. Hier gibt's auch kein... Ah. Verdammt. Ich wusste, dass mir das passiert. So, jetzt muss ich einfach ganz schön spielen. Das ist Monster Row. Und das sollte ich doch schaffen. Monster Row sollte ich schaffen, ohne dass ich getroffen werde. Bitte. Ah. Die explodieren von... What the fuck. Das war extrem knapp. Okay. Okay. Ich knalle die ab. Halala. 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 What? Ja, ja. Mach das nur. 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 Äh. Mach ein bissl. Weg. Weg. Huh. Scheiße. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Geht das auch aus? Red Heart Damage? Fucking hell. Ich wusste es, dass ich es noch verlieren werde. Ich wusste es. Ich hätte es fast geschafft. Und diesen Daily Run mit D6, dann ist es sehr unterschiedlich, wie die Leute da spielen. Das gibt wirklich ganz... Was? Schon wieder? Okay. Ist... Okay. Wir haben extrem viel Red Heart Containers. Was meine Überlegung Chancen doch einiges steigert. Okay. Wieder eine neue Chance, nicht Red Heart Damage zu machen. Hahaha. Ah. Okay. Okay. Yes. Und wir haben D6. Und Reroll. is down. You're down. Schon wieder ein Heart. Yes. Weg. Wenn ich weiß, ich würde sowieso in der Flamme schmoren hier. Kiste, yay! Zwei Goldstückchen ist ein... Ah, nein, nein. Ich brauche unbedingt einen Schlüssel. Kein Tinted Rock, den ich upblown könnte. Oh, jetzt bin ich fast erschrocken. Ich bleibe hier an der Sicherheit. Ja, genau. So, und eine ist rausgekommen. Das habe ich gar nicht bemerkt. Komm. Sehr schön. Ja, wir haben den Schlüssel. Das ist super. Okay, Sphincture. Aufpassen. Uh, und noch mal den Schlüssel. Und ich gucke dennoch rein. Hm, verführerisch. Aber nicht verführerisch genug. Oh, 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 die Schlimmsten. Die Schlimmsten mit den Lychis. Uh, 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 uh. Ich muss die unbedingt zum Schweigen bringen, dass die aufhören von diesen Lychis zu produzieren. Okay, einer ist down. Einer ist down. Okay. Ha. Halt, halt, halt. Okay, jetzt sind nur noch ganz viele Lychis unterwegs. Okay. Und ich werde sowieso getroffen, weil dieses Diagonal-Schießen ist schon tricky. Die chargen und dann schießen sie Diagonal, wenn sie kaputt gehen. Clever gemacht. Ich teleporte, fuck you. Lard, noch mehr Energie. HP ab, okay. Nochmal HP ab, unglaublich. Ah. Okay. Immerhin. Oh. Nicht, nicht mich töten. Nicht, nicht, nicht. Ähm. Lard, kann ich das kaputt machen? Ah, nee, nee. Das klappt. What? Oh. Zum Glück. Ich werde meistens von denen getroffen, die sich hier verstecken können. Die sich tarnen können. Ich finde, das ist auch cool. Ich finde, das ist eine coole Art. Obwohl sie total nervig sind. Voll cool, dass sie das können. Dass es das jetzt gibt. Diese neue Champion-Form, die sich unsichtbar machen kann. Sehr geil. Uh. Okay, das hat sich gelohnt. Was? Schon wieder? Luck ab. Auch sehr gut. Ah. Nein, trifft mich nicht. Triff mich nicht. Bombe. Ich gehe noch auf die Suche nach dem Secret-Raum. Der könnte sich eventuell hier befinden. Und befindet sich auch hier. Okay. Oh. Ich mache zuerst das Feuer aus. Denn ich weiß einer. Oh. Nicht negativ. Oh. Negativ, negativ, negativ. Charger. Ja, nicht auf mich. Los. Charger. Oh yeah. Tod. Okay. Ich gehe noch meine Herz-Container auffüllen. Wenn ich schon dabei bin. Also, ab bis jetzt haben wir extrem viele Hard-Ups bekommen. Unglaublich. Also, so viele habe ich noch nie bekommen. Ich hoffe doch, dass ich jetzt deal with the Devil. Bekommen kann. Und ich hoffe, dass es ein gutes Item gibt. Also, nicht vergessen. Hier ist noch was zum Einsammeln. Und wer ist es denn? Pestilence. Aufpassen, 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 aufpassen. Fick dich. Du hast mich fast getroffen. Fast getroffen. Fick dich. Und hey, wie viele von denen willst du noch? Willst du noch auf mich schießen? Ich muss... Nein! Ich... Ich habe Red Heart Damage, you fucker. Du Wichser. Du Wichser. Du Wichser. Du verdammter Wichser. Du Wichser. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ey, der hört ja gar nicht auf. Mit... Mit diesen... Boah! Ja, jetzt ist es eh egal, ob ich noch mehr Red Heart Damage mache. Ah, fuck, fuck you. Fuck you, fuck you! Yes. Okay. Ball of Bandages. Ist mir egal. Ähm, immerhin ein bisschen Protection. Äh, hier nochmal ein Heart Container Plus. Oh mein Gott. Also, wirklich. Hätte nicht sein sollen. Ich bekomme evtl. nie ein Deal with the Devil. Und ich bin ziemlich schwach. Ich habe kein... Kein richtiges Damage Up bis jetzt. Uh! Oh! Oh! Ich habe immer noch Chance auf einen Damage Up. Immer, immer, immer. Geht halt ein bisschen länger hier. Weil ich so schwach bin. So fucking schwach. Okay, du bist down. Aber diese Würmer, diese Tape Worms, die sind wirklich extremst mühsam. Die Buche sind so viele. Okay. Kommt, kommt, kommt bitte. Okay, yeah. Uh! So, ist das der Letzte? Ich hoffe, ich hoffe. Yes! Uh! Trolley Bomb. Geh gar nicht. Hahaha. Geh kaputt, geh kaputt. Yeah! So kann ich immerhin von dieser Seite raus an dich kommen. Und du bist down. Die Bombe. Reroll. Jetzt muss ich nur den Raum finden. Also ein Speed Up. Damage Up. Shot Speed Up. Das wäre alles, was toll ist. Glücklich kann ich fliegen. Ich mach das Feulchen hier weg. Denn the Boney ist nicht... Fuck! Ich hab schon wieder verzipft. Oh! Fuck! So, bitte gib mir ein Damage Up, bitte. Pfff. Pfff. Okay, ich... Ich hätte es eigentlich auch so probieren können. Äh, was ist das für ein Evil Eye? Keine Ahnung, man. Ich... Ich will diese Scheiße nicht, man. Okay. 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 Komm, komm, komm. Wenn ich doch nur nicht so schwach wäre. Bitte. Liebes Spiel. Hilf mir. Gib mir gute Items. Also. Schlecht gespielt. Mal wieder. Ah, typisch von Busterflex. Das ist unglaublich. Komm. Komm, du kommst auch noch dran. Dann gehen wir hier nach oben. Uh. Oh, da macht sich schon wieder einer unsichtbar. Oh, shit. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Natürlich, muss er so kommen. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Okay. Ha. Oh, fuck. Spielt eh keine Rolle. Wir haben viel Energie. Oh, fuck. Gut, übertreiben sollte ich es dann auch nicht. Ha. Scheiße. Ich darf nicht große Reden schwingen hier. Konzentration, Buster. Mit deinem wahnsinnigen Schuss. Deinem wahnsinnigen Items. Das ist unglaublich. Du wirst das Spiel noch gewinnen. Ähm. Job wäre nicht schlecht. Ja, wäre wirklich nicht schlecht. Sonst gehen wir in den Game Room. Uh. Komm. Komm hier raus. Shitty. Okay. Okay. Okay, ja. Den sollte ich nämlich auch erwischen. Yes. Hey. Hey. Bleib hier, Schittling. Ja. Yes. Was ist das? Ah. Jetzt sehe ich erst, was die Evil Shot uns macht. Leider kommt das sehr wenig vor. Vielleicht können wir uns ja ein Riesen-Auge verwandeln. Weil wir viele von diesen Augen-Dingern haben. Also wir haben. Wir können noch ein drittes Auge. Und dann verwandeln wir uns in ein Riesen-Auge. Oder was? Lock up. Ja. Okay. Immerhin. Okay. Hier ist der Shop. Und es ist auch immerhin ein richtiger Shop. What the fuck? Scheiß-Items echt. Geh mir was Gutes. Oh. Ach. Ja. Wer noch Peer? War nicht gerade das, was ich machen wollte. Uh. Okay. Du willst down, 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 down. Ja. Und mach bitte noch mehr von dem. Schaffe ich den? Ohne, dass ich zu große Verluste habe? Mann. Meine Feuerkraft ist nicht gerade die beste. Komm, komm, komm. Ich schaffe. Ich schaffe euch. Ich schaffe dich, Gertie. Oh. Immerhin. Wenn ich hier bleibe, kann ich den auch kicken. So. Aber es bringt mir eigentlich nichts. Haha. Okay. Immerhin kann ich so meinen Energiehaushalt ein bisschen auffüllen. Und er bleibt relativ ruhig hier. Mein lieber Gertie. Okay. Haben wir dich ge... Was? Es gibt immer die... Das ist extra. Ah. Ist das... Weil Halloween... Äh, nicht Halloween. Weil Thanksgiving ist. Könnte das sein? Das ist immer... Es sieht so aus wie ein Hühnerbein. Und... Ah, ja, natürliches Thanksgiving. Äh, Thanksgiving. Wir haben auch... Ja, super. Sehr gut gemacht. Lieber Wasserflex. Er hat ja... Ja, ich habe gelesen, dass es ja zu bestimmten Festen immer, ähm... Das hier gibt es ein riesen Fressen... Fressen... Ja, genau. Das muss das sein. Ähm... 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 Okay. Okay. Warum habe ich nicht Reroll gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, wie weit das Spiel... Äh, wie ich, äh... Nein! Okay. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also, ich spiele extrem schlecht. Okay. Immerhin. Fucking hell. Zum Glück bin ich nicht ein Meister von diesem Spiel, denn sonst wäre der Druck so groß, immer gut zu spielen. Nein! Okay. Okay. Okay, jetzt nehme ich die Ressis zusammen... Oh, fuck. Jetzt kommen schon die Brimstone... Fuckers. Brimmies. Hey, bitte. Gib mir ein Damage ab. Irgendwas. 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 Damage ab. Uh, 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 uh. Knapp, knapp, knapp. Okay, hier ist nix. Oh. What the fuck? Lass mich in Ruhe, ihr Wichser. Huh. Okay, yes. So, aber gut, mir ist ja egal, wie viel Energie ich hier noch verliere, da ich ja eh schon Red Hard Damage gemacht habe. Und das ist schon wieder derselbe Raum wie vorhin. Sehr schön. Zwei Bomben dafür diesmal. Oh, what the fuck? What the fuck? Scheiße, natürlich... Ja, klar, klar. Ficket euch in das Knie. Aber ordentlich. Ha, 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 ha. Masks of Infini. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Unbedingt. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Fickt euch, motherfucker. Hey. Gehst du kaputt? Okay. Okay, immerhin. Aber das... Das kann doch nicht weitergehen. Nein. Nein. Kann doch nicht weitergehen. Hier ist Boss Room, aber... Was will ich? Ich werde eher sterben. Ich werde elendlich sterben. Sterben. Okay. Ja, ja, ja. Oh. Oh, Troll Bomb. Nichts für mich. Okay, jetzt. Reicht du zusammen, Buster. Du schaffst... Ah, ja, gut. Und die brauchen 1000 Schüsse. Das geht gar nicht. Hey, warum schießen diese Augen? Ja, schießt hier auf mich. Wann kommt ich... Ich seh... Ah, ja, 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 ja. Die gehen kaputt, wenn die in Berührung kommen mit den... Was? Ja, die gehen kaputt, wenn sie in Berührung kommen mit den Gegnern. Wow. Das in Kombination mit Brimstone. Will ich ja mal sehen. Evil Eye. Okay. Komm. Komm. Hat nichts gedroppt. Nö. Oh, die kleinen Horns. Okay. Oh mein Gott. Ja, Thanksgiving. Auch bei mir. Nicht unbedingt das Fest, das wirklich sehr bekannt ist. In... Es gibt schon so eine Art Entdankfest, aber... Nicht so, wie es die Amis kennen. Mit Turkey und stuff. Und die haben... Die hatten erst gerade Halloween und dann... Kam... Kam Halloween, jetzt Thanksgiving und dann ist ja schon Weihnachten. Unglaublich. Aber kennen sie Nikolaus? Also sie haben ja Santa Claus. Das ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Feiern sie auch am 6. Das weiß ich gar nicht. Ja, super. Diese Kisten geben mir auch nicht unbedingt das Beste hier. Okay, okay. Aufpassen, aufpassen. Ich werde eh getroffen. Nö. Glück gehabt. Zwei Bomben. Äh, das rennt... Lohnt sich. Ja, das lohnt sich. Effektiv. Ja, ne Leiter. Was will ich mit einer Leiter? Äh, was will ich mit irgendwas? Das ist nicht gerade. Äh, geben die auch, äh... Ja, die geben auch Blue Hearts. Sehr schön. Okay. Okay, zwei Hound Tees. Oh, oh, oh. Bitte, bitte. Gib mir was Tolles. Wo bist du? Wo bist du, mein Raum? Mein Item Raum. Bitte sag mir, wo du bist. Oh, nein. Und was? Die haben dir direkt ein ganzes Herz abgezogen. Äh, a fucking whole blue heart. Spinnis. Fickis. Na, echt? Okay, hier. Hier. Fress oder sterb. Ähm, hier. 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 Und hier. Ähm. Aber ich mache das so. Das droppt irgendwas. Vielleicht was Gutes. Judgment. Dann mache ich das so. Dann mache ich das halt so. Judgment. Und vielleicht gibt er mir ein, wieder ein Brathähnchen. Ein Turkey. Vielleicht. Immerhin gebe er mir ganz viele Herzen. Oh, er gibt mir die Karte. Er zeigt mir die Karte. Und dann kann ich hier noch ein Secret Room finden. Vielleicht ist ja hier was Tolles. Abgesehen von Greed. Nicht gerade das Tolleste, das es gibt. Nein. Und ich verletze mich bei Greed. Das geht nicht. Geht nicht. Greed. Mit der Fliege. Mit der Fliege. Mit der Fliege. Mit Fliege. 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 Yes. Und ich habe ganz viel Geld. Und es gibt noch viele Lackhaben. Nimm ich an. Yeah. Und Schüssel. Okay. Boss Fight müsste da auf der anderen Seite sein. Nein, nein. I'm too lame. Ich bin noch viel zu langsam. Das glaube ich nicht. Zweimal getroffen. Fickt euch. Ihr Totenkopfschädel. Die Empress. Gibt es da nochmal so eine Dreierkombination? Kann ich das hier? Yeah, kann ich. Wer macht das hier? Uh. Ja. Vielen Dank. Best ever. Das war nicht gerade. What the fuck? What? Tour of Clubs. Das habe ich ja schon genommen. Habt ihr gesehen? Das hat wie eine Verzügerung drin. Mit diesen Karten. Das funktioniert in der Mac Version auf jeden Fall nicht sehr gut. Oh fuck. Fuck you. Der schlimmste Gegner. Schlimmste Gegner. Und er macht dazu noch Blue Tears. Fick dich. Nein. Hey, fick dich. Und ich bin noch dazu. Extreme lame. Gibt es nicht. Das ist the worst case ever. Hey, wenn ich das heil überstehe. Und Mask of Infinity. Fick dich ins Knie. Echt? Fucking Mask. Wie ich die auch nur töten soll, das ist dann die andere Frage. Okay. Immerhin habe ich das Herz getroffen. Und ich glaube, ja. Ich kann ihn so töten. Ach. Zum Glück habe ich Penetrative Shots. Dann klappt das. Na, fick dich doch. Nee. Und schon wieder. Fick dich. Okay. Na. Das war wirklich schlecht. Aber jetzt muss ich mir unbedingt Mühe geben. Dass ich nicht noch ganz sterbe hier bei diesem Challenge. Mensch. Oh. Okay. Du bist down. Und es gibt immerhin... Bis jetzt habe ich noch kein Red Heart Damage. Schaffe ich es auch dieses Mal, keine Red Heart Damage zu machen? Jetzt kommen sicher die Bonies hervor. Ja. Eines kam ein Boni vor. Was habe ich gesagt? Natürlich muss ein Boni hervorkommen. Wir sind in the depths. Was hast du gedacht? Okay. Ah. Ich habe schon gedacht, ihr seid tot. Aber das stimmt ja gar nicht. Okay. Bombe. Oh yeah. Ein Damage Up. Yeah. Endlich. Damage Up. Bitte. Bitte. Noch mehr Damage Ups. Uh. Reroll. Ja. Bitte. Gib mir alles. Ja. Und das sind auch einer der schlimmsten Gegner. Schlimmsten. Worst Case Gegner. Ich habe die nicht gerne. Denn die treffen mich bestimmt. Oh. Oh. Der letzte. Der letzte. Yes. Schlüssel. Und ich muss schnell niesen. Entschuldigung. Ich will das nicht direkt ins Micro machen. Denn das wäre fürchterlich. Okay. War ich hier schon? Ja. Okay. Hier war ich schon. Okay. Uh. Das war gut. Das war gut. Oh. Bonis. Fucking. 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 Bonis. Okay. Ein Bonitoad. Letzte. Zweite Boni auch tot. Fick dich. Ich habe noch nicht Red Heart Damage gemacht. Nein. 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 Ich kann das noch schaffen. Ich werde es schaffen. Komm. Boni. Boni Motherfucker. Komm du Motherfucker. Boni. Du kommst hierher. Ohne mich zu treffen. Und der letzte. Hier. Nee. Yes. Und hier rein. Minimum drei Re-Rolls. Minimum drei Re-Rolls. Wenn nicht noch mehr. So. Unbedingt aufpassen. Oh. Das erste Trinket überhaupt. Oh. Das hätte ich früher bekommen sollen. Jetzt. Wir haben extrem viele Möglichkeiten hier. hier. Hier mehr gute Sachen. Death. Death. Tooth Spades. I'll save. Two. Oh yeah. Death. Okay. Wir gehen hier einfach weiter. Wir lassen uns nicht beirren. Wir haben volle Energie. Vollstes Vertrauen wieder zu kriegen. Spiel verlangt. Immerhin ein Damage Up. Yeah. Oh. Warte. Warte. Ah. Fuck. Aber es gab nur einen halben. Halben. Heart. Blue Heart Abzug. Also. Ich bin immer noch im Rennen. Wünsch mir Glück bitte. Wenn ich jetzt den nicht noch in der Fresse explodiert. Okay. Uh. Yeah. Gib. 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 Ich. Ich. Ich schütze mich. Ich schütze mich. Okay. Fuck. 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 What the fuck? Uh. Oh. Ich kann wieder einen Reroll machen. Und hier ist der Shop. Yeah. Endlich. 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 Aufpassen. 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 Töten wir euch alle. 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 Kiste. Yes. Und. Will ich das? Oh. Ha. Und es gibt Pfeile, die so runterfallen. Also. Epic Hack. Yay. Yay. Und der Shop ist hier. Ist auch cool. Äh. Da nehme ich einfach eine Pille. Okay. Ist auch cool. Ähm. Ich brauche eigentlich nichts mehr. Nur noch zu wissen. Wo ist. The Boss. Yeah. Yes. Hier kaputt machen. Hier kaputt machen. The Moon. Und mich selber kaputt machen. Sehr gut. Sehr geschickt. Buster Flex. Epic Hack ist nicht die beste Lösung für dich. Äh. Oh. Da sehe ich doch noch was. Genau. Ey. Wow. Okay. Okay. Hier gibt es doch noch einen anderen Weg. Sehr wahrscheinlich ist das der Weg. Ho. Ho. Okay. Down. Okay. Der hat es wirklich kaputt gemacht. Yeah. Hier runter. Oh. Der will ich natürlich nicht zerstören. Der. Der gibt mir wahrscheinlich wieder eine Keule. Oh. Mystery Bag. Ja. Das ist okay. Ist okay. Ich hätte etwas noch ändern können. Ich. Voll Depp. Aber. Natürlich denke ich nie daran. Okay. Äh. 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 Ich. Stick to the tongue. Oh. Das gibt Explosions. Hey. Komm. Komm. Yes. Da. Was. Da ist noch mehr von diesen Bastards. Das gibt es noch mehr von diesen Bastards. Komm. Oh yeah. Empress. Key. Ähm. Ähm. Hier ist ein Boss. Also. Okay. Schaffen wir das? Wir schaffen das. Wir schaffen diese Challenge. Mensch. Scheiße. So schaffe ich es hier nicht. Wenn ich mich so blöd anstelle. Oh. Yeah. Oh. Ja. Komm. Komm. Die. Oh yeah. Yes. Okay. Wir haben den Teufelsweg gewählt. Und wir können hier endlich. Endlich. Spirit of the Night. Okay. Okay. Bleiben wir damit. Wie lange geht das noch? Ja. Wir müssen full circle gehen. Oh yeah. Oh. Oh. Mein Sound hat mal wieder Probleme gemacht. Okay. Fick dich. Fick dich. Yes. The Magician. Turm. Oh. Ich glaube ich habe eine faire Chance wenn ich mich nicht zu blöd anstelle das ganze Spiel zu schaffen. Ich gehe in den Shop mit 19. Oh. Das ist ja eigentlich mal ein Shop. Mit dem könnte ich auf jeden Fall das Herz töten. Aber dann heißt es ich habe keinen Würfel mehr. Dann mache ich das so. Wir haben Soul Protection und das. Wir haben 48 hour energy. Aber was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nicht zugeguckt. Aber egal. Okay. Hier können wir eh nur Bücher haben. Und Book of Belial ist auch nice. Ähm. Ich überlege mir das ganze noch. Vielleicht komme ich ja noch in den richtigen Shop. Äh. Wo ist... Hey komm. What the fuck. You bastard. Duck. Yes. Okay. Nochmal. Zum Aufdrehen. Alle Bücher. Durch. Okay. Das sollte ich so... Fucking last. Fucking last. Fick dich. Yes. Und was gibst du mir? Äh. Rangetown. Ja. Super. Vielen lieben Dank. Ah. Uh. Uh. Yeah. Und nochmal ein Herz. Und wo könnte sich der Boss verstecken? Er ist hier. Yippie. Nochmal ein Herz. Sehr schön. Und. Ein bisschen mehr Damage ab. Könnte nicht schaden. Okay. Ich will mich jetzt nicht selber töten. Hier. Yes. Ähm. Ja. Geil. Alles verwandelt sich zurück in HP ab. Also wir haben volle HP ab. Fuck. Okay. Ich will. Ich will mit dem Schlüssel natürlich unbedingt am besten Ort hinkommen. Yes. Und Misery Sack. Und. Reroll guaranteed. Nein. Nein. Lock up. Ja. Lock up. Lock up. Äh. Ich vermute mal, ich muss hier nach unten. Tja. Ey. Nicht getroffen. What? Kiste. Uh. Komm. Protect me. Bitte. Protect me. What? Nicht getroffen? Nicht getroffen? Gibt's nicht. Yes. Kann ich natürlich nicht nehmen. Komm. Chang. Yes. Yes. Also ich bin zuversichtlich. Ippekak war meine Rettung. Denn der Runner hat wirklich mies ausgesehen. Und viele Mystery Bags. Und Reroll ist uns wieder garantiert. Nicht meine Lieblingsgegner. Absolut nicht. Meine Hassgegner würde ich sogar sagen. Bang. Nicht getroffen? Geh nicht. Geh nicht. Okay. Ihr seid down. Bis down. Yeah. Schlüssel. Wo soll ich am besten entlang gehen? Huh. Fickt ich. Mystery Bag. Gib mir wieder ein paar Leben zurück. Huh. Okay. Ich mach einfach eine Bombe für dich. Ah. Ist gut. Genau. Richtig. Und da hat mir ein Herz gegeben. Und oh. Schau her. Ah. Gut. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ob ich überhaupt noch. Ich möchte lieber einen Shop finden irgendwo. Oh. Oh. Aufpassen. 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 Huh. Das war knapp. Ah. Das war knapp. Huh. Und da. Und. Und. Ähm. Und. Fast alle getötet. Äh. Viele getötet. Will ich sagen. Nicht alle. Puh. Au. Auweia. So. Hier sieht es nach dem Boss aus. Zack. Und. What? So. Es ist. It lives. Hey. Okay. Komm. Okay. Hey. Das schaffen wir bitte. Yes. Yes. So. Jetzt langsam. Immer treffen. Immer treffen. Immer treffen. Immer treffen. Ich. Ich konzentriere mich ganz vollends auf. Ja. Natürlich. So unfair. Echt. Yes. 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 Wir haben doch einiges. Oh. Widersteht. Wir können gar keine Blue Hearts mehr aufsammeln. Und hier gibt es nichts für uns. Böse. Also wir müssen in den Teufels. Was heißt. Gehe noch weiter. Ich sehe schon. Komm. Explodiert. Okay. Uh. Okay. Einfach weitergehen. Einfach weitermachen. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ja gespannt. Ja gut. Das nützt mir ja gar nichts. Stimmt. Warum mache ich das kaputt? Hm. Uh. Das war super. Ähm. Soll ich nach oben oder nach unten? Ja. Ich riske es mal mit oben. Fick dich. So viele von euch. Vier. Wollt ihr mich verarschen? Ho ho ho. Nur einer ist bis jetzt down. Okay. Down. Zwei sind minimum down. Hups. Wow wow wow. Also ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Und was? Immer noch. Immer noch zwei am Leben. Zack. Yes. Okay. Down. Sterbt bitte. Nein. Nicht so. Hey. Okay. Jetzt. 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 Oh yeah. Gut. Das kann ich nicht auflesen. Oh mein Gott. Bitte. Gib mir nicht solche Sachen. Okay. Der ist down. Down. Was? Wie viel brauchst du denn? Zum Glück habe ich ja Jam of the Vampire. Ist unglaublich. Auf jeden Fall ist es mal wieder spannend. Ich muss mich konzentrieren. Tilly Pills. Nicht gerade das was man sich wünschen kann. Nein. Ich frage mich auch immer. Warum bekämpfe ich alles hier? Ich könnte es eigentlich so schön haben und einfach nur den Weg bomben. Okay. Okay. Yeah. Yes. Sehr gut. Oh. Bring mir eigentlich gar nichts. Wo könnte der sein? Ho. Ho. Oh. Das ist cool. Yes. Okay. Brauche ich nicht. Ist es hier oben? Ja. Er ist hier oben. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Komm. Huh. Oh. 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 Okay. Oh Gott. Werde ich es so schaffen? Fick dich. Fick dich. Oh yeah. Fick dich. Ich werde es nicht schaffen. Huh. Huh. Nein. Ich glaube es nicht. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Nein. Scheiße. Nein. Es hat so gut angefangen. Oder nee. Es hat nicht gut angefangen. War gut im Mittelteil. Und dann ziemlich schlecht am Ende. Ich hatte zu wenig Damage Ups. Aber nun gut. Das ist daran. Das sind die Regeln. 38 Minuten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Euer lieber Wasser. Ciao.